Wenn er den Raum betritt, wird sie rot. Sie glaubt, jeder sieht es ihr an. Weißt du, wie ich heiße? Julia! Jule! Jule. Einfach Jule. Na, was, wenn ich nicht will? Okay, dann warten wir halt. Ich muss mit dir reden. Worüber? Na ja, du weißt schon. Und? Also, ich fände es gut, wenn wir noch ein bisschen warten. Okay. Willst du das zu jemand anderem auch sagen? Willst du das zu jemand anderem auch sagen?